Super! Scheiße, es kann Delta Hasi erstmal hier... ...dass oder vorn, ey, schau'n! So! Ist es das Ding, was ich brauch' oder so? Hehehehe Oh, no way... Gott, auf Scheiß spielst du euch hier, du Dreckscheiße, du! Will ich mal seh'n! Was bist du denn für ne Kack... Warum? Achso, da ist ein... Wow! Ich hätt' ihn fast nicht gesehen! Ich war so perplex von dieser Puppe grade! Hätt' den Gang nicht gesehen, fast! Aber egal, jetzt hab' ich ihn! Oh! Shit! Huah! Iiii, wer ist sie denn? Okay, sie steht beim Fernseher und ich muss sie, glaub' ich, irgendwie hier reinloggen, ne? Richtig? Das Problem ist nur, wie? Wenn wir nicht zum Aufheben... Wir müssen die Tür aufbekommen! Wenn ich den... Wenn ich den... Wenn ich den... Wenn ich den Hocker holen möchte, ist es vorbei! Alter, das werd' ich mal Binge-Watching vom Feinsten, ne? Können wir aber auch nichts aufnehmen! Hm... Hm... Hu-hu-hu-hu! Hu-hu-hu-hu-hu! Du bist ja ein Pfeifett. Puh. Wann mal kurz die Oma mal eben kurz hier, ne? Ich meine, wurde eh langsam Zeit jetzt, ne? Also man muss jetzt auch nicht übertreiben. Hoppala, ey. Jetzt sind wir sauer, ne? Da war gerade ein bisschen... Wenn ich ein bisschen spielen wollte, so, ist das egal. Jungen, andere treffen sich eben wie in den Gassen, um Drogen zu dealen. Heutzutage treffen sie sich in den Gassen, um den Fernseh-Binge zu watchen. Und den auszusaugen, ey. Kann ich den ausmachen? Wäre bestimmt lustig. Mach doch mal den Fernseher aus. Die Scheiße. Kack-Programm. Kann die leider nicht ausmachen. So stelle ich mir das auch immer vor, wie ihr den Stream schaut, tatsächlich. So, das ist wie ein Unfall. Man kann nicht weggucken einfach, ne? Das ist... Oh, oh. Alter, warum gibt's hier denn so wenig Strom? Was ist denn los hier? Warum genau steht hier ein Einkaufswagen? Shoppen! Ist das da oben ein Hut für meinen Kopf? Vielleicht? Ist das ein Hut? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es ein Hut? Vielleicht? Ja, Baby. So. Oh, nie anders. Geil. Der Pipi-Max ist wieder an der Wand, das ist wichtig. Ich glaube, wir müssen den Einkaufswagen hier runterschupfen. Da wart ihr doch. Jetzt seid mal ehrlich, Leute. Da war doch schon was wieder davor zu schreiben, ne? Jetzt macht doch mal die Augen auf. Es reicht. Ist das so die beste Idee, so rum? Oh. Oh, shit. Ähm. Ei, ei, ei. Okay, jetzt verstehe ich es auch. Können wir da hoch? Sag mir nicht, ich muss mich da dranhängen. Da ist ein... Kann ich auf die Glocke? Bitte sag mir, dass ich auf die Glocke springen kann. Das wäre so geil. Bitte. Oh, wie toll. Ähm. Okay, was genau ist hier los? Was ist mit den Kuscheltieren und was ist das hier? Ist das hier der Spielzeugmacher oder was ist das hier? Ach, die Scheiße. Moin. Guten Tag. Seien Sie grüßt. Och. Das ist richtig. Absolut wahr. Entschuldigung. Hoppala. Kurzer, kurzer, spontan Schnutterangriff. Hey, und wieso muss sich das jetzt aus... Ah. Warum ist der Fernseher jetzt? Hä? Was ist genau... Also da ist ein Fernseher, der ist natürlich aus, ne? Aber warum? Wieso? So, Strom führt zum Fernseherkabel. Warum ist da das Fenster so halb auf? Sagt mir auch keiner. Okay, da können wir leider auch nicht einfach so dran springen. Sorry, ich wollte euch nicht voll sauen, Leute. Wenn euch das irgendwie so unsicher ist, dann könnt ihr auch gerne während ihr in den Stream schaut, eure Masken aufsetzen oder ich setze sie auf, ne? Das ist auch kein Ding. Aber warum? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ich bin da voll gegengelaufen. Den Wagen zum Fernseher schieben? Den muss ich ja gar nicht. Oder? Also... Hä? Als ob ich da nicht mehr drauf kann. Das ist doch Schwachsinn. Ach, jetzt hör doch mal auf. Kannst ruhig mal graben. Ist doch kein Ding jetzt hier. Mittlerweile müsstest du doch, äh, gelernt haben, wie das geht. So. Aus. Warum sollte ich den Einkaufswagen zum Fernseher schieben? Braue ich doch gar nicht, oder? Also... Komm doch auch so da hoch, oder nicht? Alles klar, ich muss den Einkaufswagen zum Fernseher schieben. Habe ich doch gleich gesagt. Mann. 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 Wäre der da mal ruhig mal helfen können, ey. Okay. Ich glaube, das passt. So, und dann können wir da oben lang, glaube ich, ne? Und dann... Ach, da kann er sich nicht dran hängeln, oder was? Aber hier kann er auf einmal hochspringen, oder wie hat er aus... Einfach warten aus Stahl. Auf einmal. Hör doch auf, du. Ach, der wurde den Knall nicht gehört. So, dann gehen wir wahrscheinlich hier lang, ne? Jawohl. Wunderbar. Perfekt. Natürlich ist da jetzt auch das Licht an, ne? Logisch. Einfach rein. Ja, was passiert hier eigentlich? Das ist so ungeil, ne? Sei bei mir, na, gute Nacht. Oh nein. Sag mir nicht, ich muss den gleich ausmachen. Ich muss die bestimmt alle jagen. Ich muss die alle loshetzen. Och, nee. Aber wie soll ich mich verstecken? Hallo. Ach. 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 Oh, lol. Oh, lol. Los! Oh, mein Gott. Ich glaube, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Macht doch keinen Scheiß. Warum guckt ihr nicht? Guckt doch weiter. Es ist manchmal so intens, Alter. Aus dem Lichtsehen. Alter, da haben sie wieder Klopapier und Nachlieferung gehabt. Deswegen sind sie alle reingestürmt. Keine Chance. Heilige Scheiße. Gar kein Stress oder so. Nee, nee. Alles gut. Alles wunderbar. Alles entspannt. Aber ich finde das Prinzip richtig nice mit den Fernsehern. Ohne Scheiß. Richtig gut. Oh, Six! Hey! Komm hier raus! Nein! Nicht dein Ernst. Oh, shit, 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 shit. Mach! 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 Fuck, oh, fuck. Hör auf, mir zuzuschauen. Ist ja eklig, Alter. Dieses Rumzucken, ne? Ich mag sowas gar nicht. Ich hasse sowas. Was will der von mir? Oh nein, der läuft bestimmt jetzt hier oben drüber, oder? Oder ist das irgendwas anderes? Nein, das ist er. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Oh, no. Oh, ekelhafter. Alter, diese Musik dabei, Junge. Das ist so... So was von abgefuckt. Er hat absolut keinen Bock. Und ich auch nicht. Und das ist... Was ist das denn jetzt? Was soll denn die Scheiße? Oh, no. Oh, no. Natürlich. Mach! Oh, Gott. Halt dich bloß fest. Er kommt, er kommt, er kommt. Los! Nein! Ey, ist das abartig, Mann. Das ist so abartig, Alter. Ich hätte das Dreck mit dem Hocker machen müssen. Ich hab's nicht gesehen. Los! 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 Ey, mach keinen Scheiß. Oh! Junge, wie hoch sind denn diese Häuser eigentlich, Mann? Was für eine Scheiße. Jetzt mal ernsthaft, was für ein Kack. Das sind einfach 10 Kilometer Häuser, die einfach irgendwie nach oben gehen. Hier ist ein Koffer. Ich muss den Koffer aufmachen. Okay, Koffer nicht aufmachen. Alles klar, kein Koffer. Der wird gleich irgendwo wieder mit seinen Slender-Händen auftauchen und dann wird er uns einfach aufessen und dann werden wir einfach tot sein und wir werden nie wieder ans Tageslicht. Oh, ich sag's doch. Ist sehr eklig, Mann. Verpies dich! Ab zum Polar Express! Los! Los! Wieg deinen Arsch! Als ob der sich einfach durchteleportiert. Du Penis. Lauf. Für 6. Notbremse! Nein, 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 nein Warte mal kurz. Ich dachte kurz auf einen Hut gewesen. So ist besser. Leck mich fett. Ja ganz interessantes stressfreies Spielchen. Ist auf jeden Fall kein Ding ey. Ist alles super. Einfach geil. Schwarzfahrer. Ja gut also. Wenn ich dafür jetzt keinen triftigen Grund hatte. Dann soll mich die Polizei halt verknacken. Ich glaube das hat uns ein bisschen weh getan. Oh Six. Warte. Oh no. Ist das irgendwie eine Zwischenwelt. Wo sie gerade drauf spaziert. Oder was ist das hier. Wir haben sie im Fernseher gesehen. Aber das war es dann auch. Ey gleich wird er einfach da stehen. Und wird uns auf. Wird uns einfach aufploppen ey. Sind wir jetzt im Gebäude. In dem Wolkenkratzer. Wo sind wir überhaupt. Ich hab kein gutes Gefühl. Ich weiß. Also ich hab die ganze Zeit schon kein gutes Gefühl. Aber das ist gerade irgendwie. Six wird niemals tot sein. Safe nicht. Hundertprozentig nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Never. 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 Da ist der Tower. Nur diese Soundtracks sind so krass. Auf geht's. Oh no. Da ist der Bub. Ja und jetzt? Wollen wir uns einfach ergeben oder was? Nein. Nicht den Hut ab. Ich kann nichts machen gerade. Ich kann wohl was machen. Ich kann wohl was machen. Okay das war falsch. Ich musste irgendwas anderes machen. Okay ich kämpfe ihn. Ich kämpfe gegen den. Wir machen den jetzt tot. Machen wir den jetzt hier die scheiße. Komm doch. Komm her. Was ist jetzt? Jetzt. Jetzt. Komm auf die Matte. Alter. Alter. Damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Was ist auch immer hier grad passiert? Schicks! Immer noch nicht genug. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Oh doch, müde. Wir sind nicht machtlos. Ich glaube, ich weiß, welchen Flur wir immer gesehen haben. Schicks! Irgendwas haben wir in uns, womit wir uns wehren können. Nur wie geil das einfach gemacht ist. Oh shit. Die Fahle? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017